In Kooperation mit dem Café Glocksee veranstaltet die Gedenkstätte Alem regelmäßig Konzerte mit aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern aus der israelischen Musikszene, verbunden mit einem Schulbesuch. So war heute die Musikerin Efrat Cohen, auch bekannt unter dem Namen Fafagalur, zu Gast in der Helene-Lange-Schule in Linden. Die Leiterin der Gedenkstätte Alem, Stephanie Burmeister, erklärt, warum solche Veranstaltungen so wichtig sind. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass Begegnung zwischen Menschen eine ganz besondere Kraft hat. Auch die Kraft nicht nur zur Kommunikation und zum Austausch, sondern auch zur Überwindung von Vorurteilen, von festgefahrenen Bildern und immer auch die Chance gibt, die vermeintlich andere Seite kennenzulernen und eben zu der Erkenntnis zu kommen, im Grunde sind wir alle gleich. Die Jugendlichen hatten zwischen den musikalischen Einlagen der Künstlerin die Möglichkeit, Fragen zu ihrem Leben, zur Musik und auch zur Lage im Land Israel zu stellen. Fafagalur erzählte viel über ihr bewegtes Leben in Tel Aviv, London und New York und gab den Schülerinnen und Schülern immer eine Botschaft mit. Hört auf euch, lasst euch nicht in eurem Handeln beeinflussen und tut das, was ihr möchtet und wo eure Passion liegt. Gerade der Austausch mit jungen Erwachsenen ist hier von großer Bedeutung. Weil die Möglichkeit dort eben genau Vorurteile und festgefahrene Bilder abzubauen noch am größten ist. Also je jünger man ist, desto offener ist man natürlich auch. Und man hat es ja heute gesehen in diesem Austausch. Natürlich fällt es Schülerinnen und Schülern erstmal schwer, Fragen zu stellen, sich zu überwinden. Aber wenn das passiert, dann ist wirklich Begegnung möglich und bringt für beide Seiten nicht nur Erkenntnisgewinn, sondern wir glauben auch die Persönlichkeit ein Stück weit voran. Wer Fafagalur live sehen möchte, hat morgen Abend um 21 Uhr im Café Glocksee die Möglichkeit dazu. Dort wird sie mit der israelischen Singer-Songwriterin und Wahl-Hannoveranerin Noam Barr auf der Bühne stehen.